Für dich ist es ein Problem, mich als Mann zu sehen, klarerweise wahrscheinlich. Gleich wie es für meine Schwester ein Problem ist, mich als Mann zu sehen, gleich wie es für meine Partnerin ein Problem ist, mich als Mann zu sehen. Man denkt, wenn ich mich jetzt zum Beispiel im Spiegel und schaue, ich sehe mich, ich sehe in erster Linie mich, ich sehe mein Spiegelbild. Und wenn ich jetzt nicht auf dem Rest schaue, der zusammen ist, ich sehe das als eher schon männlich. Hast du die Ohren gefühlt? Ja. Die sich auf dir langsamer. Ja. Was tue ich am besten? Eine Entscheidung zu treffen? Oder auch zu spüren, dass eigentlich die Leute, die du vor dir hast, die dir ganz wichtig sind, dass die das nicht so richtig mittragen können? Nein, das ist schwierig. Und ich muss mich jetzt entscheiden, ziehe ich das für mich so durch? Ich weiß aber auch nicht, wie genau die Auswirkungen sind, wie gut das bei mir alles wird. Und bin ich noch effektiv wirklich mit dabei? Um das zu merken und das zu spüren, musst du in der Haut stecken und du musst es erfahren, damit du es weißt? Und gebe ich mit dem Schritt alles das auf, was ich jetzt habe. Stunden. hundred Prozent. Do workloads.